Den gebe ich gleich ab. Das war mir total wichtig. Briefwahl heißt, meine Stimme zählt auf jeden Fall. Kann ja immer sein in diesen Zeiten, dass ich doch in Quarantäne muss und das wollte ich verhindern. Warum ist mir das so wichtig? Es gibt eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, habt ihr den Film Die Unbeugsamen gesehen? Habt ihr diese Frauen gesehen, die gekämpft haben für unsere Republik? Und dass das so ist mit diesem demokratischen System und dem Wählen gehen dürfen? Ich fände das toll. Und irgendwie fühle ich mich auch verpflichtet. Ich denke an die Frauen, die so für uns gekämpft haben, natürlich auch die Männer. Ja, das ist der eine Grund. Und der andere ist, ich gucke mich um in der Welt und ich gucke zum Beispiel nach Belarus. Und ich gucke nach Hongkong. Und ich denke, meine Güte, da werden Leute umgebracht, damit sie so etwas tun können. Ich darf das. Bitte geht wählen.